Ladies and Gentlemen willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TPP Triebelos Big Pack So, eine lustige Runde Fäderei So, das wird jetzt erstmal abgebaut Und ich hoffe, wenn wir das jetzt hier abbauen Halt, bevor ich das jetzt hier wieder so mache Und es klappt dann wieder nicht Also ich habe jetzt gerade noch nichts durchgelesen War ich jetzt gerade ehrlich gesagt zu faul für? Ich will jetzt wissen, ob das klappt Moment Braucht er einfach nur ein Redstone-Signal Weil langsam gehen mir die Ideen aus Die Endverbraucher sind ja da Das ist es ja nicht So, das Lever Oder was ich gerade ganz ehrlich glaube Ist Dass das wirklich einfach nur volllaufen muss Ne, da wollte ich es jetzt aber gerade nicht haben So, lassen wir das einfach mal volllaufen Ja, ich weiß So, was wollte ich denn jetzt noch machen? Das ist eine sehr gute Frage Ich glaube Stimmt, wir wollten ins Last Millennium Lassen wir das einfach mal volllaufen Und ich mache jetzt mal die Taschenwand leer Komm, hier die Tasche Die Tasche, vor allem die Truhe eignet sich gerade dafür an Ein paar Wackeln haben wir essen Ein Wassereimer würde ich aber ganz gerne mitnehmen So, das war das Portal to the Last Millennium Ich habe keine Ahnung, was das ist Also Portal to the Deep Da können wir erstmal vergessen Aber das sieht eigentlich machbar aus Diese, mit diesem Carved Eminent Stone Und Grand Quartz Haben wir Nesser Quartz Eins Ich will aber jetzt hoffen, dass er im Lager-Nobot ist Der hat erstmal ganz schnell weggekickt Was war das gerade für ein Geräusch Entweder war das gerade in der Musik Oder irgendwas bei mir war Oder Ist da wirklich was in Minecraft Aber ich glaube, das war was in Minecraft Ah, der Regen halt schon auf Ähm Kohle, nein Wo ist denn hier Wo ist denn hier Nesser Quartz Ja, ich brauche davon Vier Quartz Blöcke Die machen wir mal gerade So, also nur zur Info Ich habe denen auch gesagt Wir haben das jetzt so geregelt Ich darf bei denen mal was rausnehmen Wenn ich was brauche Ich darf, die dürfen bei mir was rausnehmen Wenn die was brauchen Das ist für mich kein Problem Das ist für mich kein Problem Na, hast du mit dem Quartz fertig Sehr schön Ich schmeiß mir das hinterher Wir brauchen Wir brauchen Purple Die und Magenta Die Das war Rot mit Weiß Und Oh, Blau Blau, Rot, Rot, Weiß Und Rot und Blau Wie kriege ich denn jetzt Die haben noch Ich muss die nochmal beklauen Aber vorher mache ich mal kurz Tag So, Tag gemacht Das ist schon mal soweit fast fertig Ich bräuchte jetzt zwei Lappes dafür Die Rosen suchen jetzt auch für mich schnell selbst Das sollte ja ein Nische Problem sein Na, Kollege Na, Kumpel Na Also Was ihr bei Aquicraft vergessen könnt Da ich in den Aufnahmen hier zeige Wie ich Wie ich in den Aufnahmen Wirklich zeige Wie ich Jedes einzelne Von diesen Pflanzen Auf 10-10-10 mache Das tu ich mir nicht an Okay Rot, Rot, Rot Rose, 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 Rose Schankfeder, ja, sehr interessant. Hier haben wir schon ein paar Rosen. So viele werden wir eigentlich nicht brauchen, aber erstmal schon mal davor zu haben. So, dann brauche ich jetzt noch 2 Lapis. Oh, da wird schon was vorbereitet, da werde ich nicht spoilern, nein, 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 ich wollte da nicht hin, ich wollte da nicht hin. Wenn ihr was gesehen habt, vergesst es und schaut es euch bei Streetikern oder bei Trevon im Stream. Ich kann mir vorstellen, dass ein Lapis hier ist. Ach, so gute Idee mit dem Priusaut. Kann man das eigentlich auch als blaue Farbe verwenden? Nein. Äh, Lapis, Lapis, zeige dich, Lapis, da kann ich den Schrei, ciao, in. Lapis. Ah, 1, 2, danke. Also die dürfen dann noch dementsprechend, weil das Portal fertig ist, dürfen die auch bei mir da rein. Obwohl ich keine Ahnung habe, was das ist. Ich habe jetzt irgendwie ein Gefühl, dass das sowas von die Todeswelt wird und ich da instant draufgehe. Ah, mega, nix jetzt volles dabei. Worst dann können wir uns alles neu machen. Oh, jedes Mal, wie ich dieses Lied höre, kriege ich sowas von Lust auf... ähm... nicht Pokémon, wie heißt das? Äh, soll ich noch Zelda Wind Waker? Ist ein super Spiel, kann man sich echt mal geben. Okay. So, so, so und so. Machen wir mal Genta und... jetzt müssten wir Purple Die haben. So, die Clock noch fertig machen. So, haben wir Clean Stone ein... so... Na, kriegst du das schnell fertig? Also ich bin jetzt gerade echt ein bisschen mal aufgeregt, was wir da antreffen können. So, nehmen wir den hier noch raus, machen wir den Platz in der Truhe frei. Okay, vier. Clean Stone. Purple Die. Pink Die. Nehmen wir Genta Die. Eine Enderperle. Und... wir haben die Carved Eminent Stone fertig. Carved Eminent Stone. Eine Uhr. Verbunden mit Böh und Quarz. Ergeben das allmächtige Brutal to the last millennium. Wo stell ich das denn? Weißt du was? Das steht jetzt hier richtig provokant hier hin. Boah, ich kann dann... Psst... Neh, aber ich stimme jetzt nicht mehr ganz, jetzt wird es dann mit. Das kann ich vergessen. Das kommt da weg, das kommt da weg. Da, 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 da. Die Farben kommt auch mal kurz. Komm, mach ich mal so. Und jetzt... Alter hat das so geile Effekte. Es wird es Zeit, dass wir es betreten. Das Portal to the last millennium. Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Gottverdammter Witz. Das ist ein Gottverdammter Witz. Und hier ist es gerade wirklich... Und hier ist es gerade wirklich... Was ist hier drunter? Ah, Bad Rocks, sehr schön. Gut. komm du mir den gefeil machen wir hier ein bisschen was heller das ist ja echt ein gottverdammter witz und dafür habe ich eine ender perle verschwendet was ist denn wenn die jetzt hier runter fällt okay also da ist auch gold sehr schön gut also hier wir sind gerade im lastimenium haben eine ender perle verschwendet ein bisschen gold redstone ich würde sagen ich kurz gleich war richtig fett im strahl also bitte sagt mir wenn ich hier also bitte sagt mir wenn ich da irgendwas falsch gemacht habe aber ich krieg so was von affen und nennen den hans peter das ist unglaublich ja gut dann machen wir jetzt so dann machen wir jetzt mal gerade eine neue spitzhacke aus ausmium gehen dann in luneda und farmen da ein bisschen adeit um dann neue spitzhacke aus adeit zu machen um dann kobe zu farmen und dann machen wir uns ein neues schwert haben wir noch zwölf minuten jetzt bin ich gerade mal überlegen wo steht mal das nether portal äh 2 osmium oh hier ist ein kobold wegsat äh klaus toby christian ja ok verlieren das hat ein machen wir da einmal so dann machen wir uns schon mal eine kobold wegs eine kobold gemacht aus kobold da 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 also fertig ah dauert noch einen moment ich glaube ich habe ganz schnell die anderen in der whatsapp gruppe von uns dass ich die epische welt aller zeiten erschaffen habe ich sehe hier nochmal schön da dramatischer darstellt mit jeder menge ausrufe zeichen wenn ich mich als erstes darauf anspringt ist eigentlich das tribo noch mit dem? ahi am weit nanananananananananan halo 4 Da kommt er wieder dahin, das da, das da, wir räumen das schön hinter uns auf, eine neue Big Axe wird gemacht aus einem Cobalt-Pickaxe, einem Osmion-Rod-Tool und ein Osmion-Binding und wir haben eine neue Pickaxe. So, wenn mich nicht alles täuscht, hätten wir das Portal hier in der Mine aufgehauen. Aber... Hier geht es. Warte mal. Das ist ja jetzt vielleicht Schwachsinn, was ich mache. Ich will hoffen, dass das klappt. Ich versuche mich jetzt gerade in den Gang zu buddeln. Nein, das klappt nicht. Verdammt. Heute läuft aber eigentlich alles schief. Ja, super. 16 Minuten. Muss ich leider hier schon beenden. Tut uns leid, wir aber hätten den Serverumzug und da ist noch alles nicht so ganz fit bei der Sache. Na gut, muss ich sagen, beende ich jetzt einfach mal hier die Folge. Tut mir leid, aber geht gar nicht anders. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt den Daumen nach oben, wenn nicht. Anmerkung und Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wieder heiß, let's play Trivolo BigPack Tebebe. Mit mir, Dorsch, Alp, und wir, Wodka, Wodka, Putin, Putin, ich weiß. Bis dahin, tschüss.